Was ist ein Rapper? Das frag ich mich schon ne ganze Weile Bin ich ein Rapper? Bin ich ein Musiker oder ein Künstler? Kein Planer, da checkt es Was ist ein Rapper? Ja, das frag ich euch allglaubt Ist ein Rapper einer, der im Studio ein auf hart macht und Jedes einer Alben in den Charts hat Ist ein Rapper einer, der jede Nacht mehr andere am Start hat 300 PS unterm Arsch hat, aber live nur das Playback parat hat Einer, der von der Kultur hier kein Plan hat Ist ein Rapper wirklich einer, der sich seinen Kopf mit Stoff wegfallat Und in seinen Songs nur den gleichen Scheiß labert Einer, der Muskeln auf Stahl hat Denn sein Schwanz wird nur steif, wenn er was Hartes im Arsch hat Streams kaufen, weil's für seinen Schrott kein Markt hat Für mich sind das keine Rappers, sondern nur Abfuck Ich lehn das brutal ab, doch was weiß ich schon nicht Weiß ich mal, ob ich Rapper bin Für mich hört sich das hier aber gerade hart nach Rappern Yo, check das Ding Das ist ein Rapper 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 Was ist ein Rapper? Yo, das ist noch nicht geklärt Auch ein Rapper Doppelreine und ne Lunge wie ein Pferd Kann ein Rapper was erreichen mit dem Eselsnamen Wert Ist ein Rapper einer, der im kriminellen Kreisen verkehrt Ne Waffe trägt und sich eine Scheiß über alle Shirt Auch ein Rapper, goldene Ketten und ein endsteiles Gefährt 50.000 neue Sneaker ist es eines Rappers wert Zwei Plattenspieler und ein Mic, locker, easy, alt bewährt Früher hat man sich mit 30 Beats im Keller eingesperrt Und kam erst wieder raus, wenn der Scheiß heißer wie ein Herd Muss ein Rapper battlen können oder Triple Times bitten und erreicht Die Behauptung fremde Mütter zu ficken, sehr oft Turins und sagen Für Chicks ein Tag auf die Tippen Wenn das deinen Rapper aussagt, möchte ich von Rap nichts mehr wissen Doch was weiß ich schon, ich weiß auch nicht mal ob ich Rapper bin Für mich hört sich das aber hart nach Rappern Yo, check das Ding Bass ist ein Rapper Bass ist ein Rapper Bass ist ein Rapper Was ist ein Rapper Was ist ein Rapper